Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Final Fantasy World Folge. Im letzten Part haben wir alle Finsterklufte besiegt, die es hier gibt. Als wir das getan hatten, kam eine zusätzliche Finsterkluft mit einem Höllenross, das wir Gott sei Dank besiegt und eingefangen haben. Zwei Phönix-Federn haben wir hier noch und es geht immer noch weiter nach oben. Hier hätten wir Magie-Angriffssamen plus und dann würde ich sagen geht's weiter in Richtung Endgegner. Hier müssen wir noch schnell aus dem Weg rollen. Ich probier's nochmal. Jetzt geht's. Warum geht's denn bitte jetzt? Was habe ich denn anders gemacht als an den anderen Sachen vorher? Die waren auch blind und keine Ahnung. Jetzt wo ich Dracu entwickelt habe, dass er ein Vampir wird, kann ich den Knaben einfangen. Ist doch nicht normal. Ja, hätte ich den gar nicht mitnehmen müssen, denn hätte ich in der Zeit andere... Ja, genau! Jetzt klappt's auch ein zweites Mal. Das ist doch Schikane. Hätte ich die ganze Zeit jemand anderen mit in den Stapel nehmen müssen, dann hätte Dracu die ähm... zusätzlichen Punkte nicht gebraucht. Naja, wenigstens haben wir sie jetzt. Lupschi ist aufgestiegen und Superdrank haben Wahrheiten. Mit ihren scharfen Zähnen saugt diese Mirage ihren Opfern nicht nur das Blut aus, sondern verpasst ihnen auch noch fiese Giftbisse. Er war aber noch nie in... Transsilvanien. Okay. Jetzt gehen wir nochmal, denke ich, zum Speicherpunkt. Oder soll ich es einfach lassen? Soll ich es lassen? Ich bin unschlüssig. Wir lachen. Ein größer Zug? Ah, not again. Me and Trains, we have so much game about our ghosts. Oh, speaking of, do you know the difference between a train and a tram? Yeah, uh, Rain, this is really not the time! There's no mistaking that for the anything but a ghost train. Why couldn't it be a Mirage instead of a ghost? Uh, is one really better than the other? Yes, Mirages and ghosts are nothing else! Oh, good to know. Rain! 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 Oh, oh, schnell hinterher. Rain hat ihren Stapel der Gruppe verlassen. Just hang on, sis. Wir holen dich da raus. Wo auch immer du jetzt bist. Beziehungsweise, wir holen dich zurück. So schnell hinterher. Da vorne liegt sie. Ich laufe jetzt nicht mit Shadow. Ich denke, das ist der Anführer. Ich denke, das ist der Anführer. So klingt sie aber gar nicht. Falltreffer, perfekt. Dafür, dass er nicht ganz da ist, kämpft sie ziemlich gut. Ich bin dann am überlegen, ob ich Sanktus mache oder göttlicher Zorn. Das war nicht schlecht. Also der Endgegner ist natürlich ein finsternes Wesen. Deswegen habe ich mich für Draco entschieden, weil er halt Lichtattacken hat. Und Sanktus hat getrunken. Und Sanktus hat getrunken. Die blöden Blutsaugen bis nach oben. Aber wir kriegen ihn trotzdem klein. So, noch ein, zwei Schläger. Dann müsste es das gewesen sein. Ja, perfekt. Gut gemacht, Brain. Zombie-Prinzessin habe ich wieder mitgenommen und Drago rausgenommen. Eimer-Kristalle haben wir erhalten. Und ein Mega-Phoenix. Trophäe erhalten, Mirage-Experte. Trophäe erhalten, Mirage-Experte. Oh Gott! Pass auf, Mann! Pass auf, pass auf, pass auf! Oh Gott, zu Dank. Perfekt. Zieh ihn um! Okay, die ist jetzt erstmal fertig. Okay, die ist jetzt erstmal fertig. Wir brauchen ein Wälder von einem Wälder, der ist länger lebendiger als er. Das machte ein bisschen schütz. Ich habe nur den größten Wälder, den ich gefunden habe. Ich habe ihn gerade in Zeit. Guten Morgen, Mann. Oh, hey, Morgen. Wir haben einen neuen Schlüssel. Das ist ein Hooray! Das sind drei aus den vier Schlüsseln in der Branche! Der Prima sollte sich behaupten. Except... diese Schlüssel. Was ist das? Ich weiß nicht. Was ist das, dass diese Schlüssel diese Schlüssel gut unlocken? Huh? Well, sie sind Schlüssel, also eine Tür, glaube ich. Hm. Nein, ich bin überraschend. Never mind. Oh, Cloud! Ich habe dich nie bedankt! Danke wieder! Mach nichts, was du später noch nicht vergleichst. Den Schlüssel der Dunkelheit haben wir erhalten. Ja, jetzt fehlt uns nur noch ein Schlüssel. Dann hätten wir es geschafft. Okay. Überall, wo wir hinkommen... Clouds Helden-Emblem wurde freigeschaltet. Und Celeste auch. Wir speichern. Überall, wo wir hinkommen, kommen so komische Kreaturen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir hier machen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Erstmal gehen wir nach neuen Magdbergen zurück. Erstmal gehen wir nach neuen Magdbergen zurück. oder, wo wir hinkommen, wenn wir das nicht mehr schlafen haben. Kann doch mal gehen. Das ist so. Gut, die schenkt uns erstmal ne Finsterkloppt hier. Mit einem goldenen, ähm... Mimikrê. Okay. Los, Simon! Yay! Gar nicht so schlecht! Wir haben schon 4000 Lebenspunkte. Das ist auch voll gut. Jetzt müssen wir ihn noch besiegen. Und dann würde ich sagen, sprechen wir erstmal mit dem namenlosen Mädchen. Weil wir haben ja ziemlich viele Almerkristalle bekommen. Und dann schauen wir einfach mal, was für neue Herausforderungen sie für uns hat. Den Braute gibt es nicht, den habe ich nämlich schon mal eingefangen. Super Eta haben wir wenigstens bekommen. Das ist super. Und ab zum namenlosen Mädchen. Nur mal schnell heilen. Mal gucken. Vivi hat alle Bände zur Föderation gekappt und verbleibt in Figaro um König Edgar die ewige Treue zu schwören. Gemeinsam mit den anderen Schwarzmädchen hat Vivi sich tapfer für Figaro eingesetzt. Aber sie haben immer noch Angst vor ihm. Vivi. Ich weiß, dass es nur ein Wort ist, aber ich habe genug gehört, was die Föderation hat gemacht. Ich verstehe, dass es nicht richtig ist. Vielleicht kann ich dir helfen, oder vielleicht kann ich nicht. All ich kann dir sagen, ist, dass ich bereitste versuchen. Ich werde mir selbst zeigen. Der ist so süß. Der ist da viel zu lieb zu. Oh, es ist der Kapitän. Hallo, Sir. Sie sind auf patrol? Sie arbeiten so hart. Huh? Sie sind so... Listen hier. Ich habe ein paar Worten für Sie und... Oh, ja. Outside, ich habe diese schöne Blumen. Sie können sie, wenn Sie mögen. Hm? Oh. Es ist so strange. Ich dachte, Figaro war nichts, aber das ist nicht alles. gut geworden. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Tja, der Hauptmann kann nichts mehr dagegen anbringen. Tja, ich möchte, dass alle Dinge auf der selten Seite spielen. Oh, Kapitän, ich habe da schon ein paar Zeit gepackt. Aber wenn es noch ein Arbeit braucht, dann wäre ich froh, dass es noch ein Geist geben würde. Was? Oh, ist das so? Es ist gut, ich bin sicher. Du, jetzt geht es weiter. Los geht's. Okay. Hehehehe. Ja, Kapitän! Aaaaaaah! Was hat mich getrennt? Ich bin wie ein Mann-Possessed! Ich kann nicht Vivi auf die Hände! Aaaaaaah! You know what? Ich werde es einfach sagen. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Er wird ein unendlichter Mitglied von unserem König. King Edgar konnte es sehen. Er war vollkommen richtig über das Kind. Wie ein rauszulterterer. Heh! Ich begrüße dich, Vivi! Ich meine, das ist eine schwerere Geist, um zu ändern. Vivi schafft alles. King Edgar, warum?! Du hast die Black Mages noch niemals auf eine andere Mission?! Ja, um die Operation zu tun, ich fühle mich, dass ihre Ranged-Magic wäre die beste Ich verstehe deine Reservations, aber du musst lernen, die Vivi und die anderen Black Magen Du hast überhaupt nicht gesehen, die Probleme zu sehen! Du hast sie in zu viel Gefahr, Sire! Wie kannst du auf alle die schwersten Missions auf sie auf sie? Wenn alles zu passieren mit den Black Magen ist, dann wäre es eine gewöhnliche Verlust für den Krieg von Figaro! Meine Männer werden sie mit ihr, Sire. Wir werden sie sicher sein. Wir werden sie sicher sein. Jetzt, wenn du mich entschuldigst, muss ich bereit sein! Was in der Welt passiert? Edgar, die Black Magen sind bereit, um zu verlassen! Hm, du willst einen slyen, Vivi? Keine Ahnung. Du hörst dich, heute die Kastel-Guard wird mit dir geschehen. Keine Ahnung! Vivi hat keine Ahnung! Das ist Vivi! Ich könnte den ganzen Tag nur knuddeln und er hat so eine schöne Synchronstimme! Das war mal eine schöne Zwischensequenz, man musste gar nichts machen! Du willst etwas Tee? Was jetzt? Whose soul will you touchen? Bartz und Boko hat uns auf der Suche nach Abenteilen in die Nebula-Grotte verschlagen, wo selbst die Schätzjägerin Rico treffen. Bartz und Rico verstehen sich auf Anhieblenden und beschließen die Grotte gemeinsam zu erkunden. Hmm. Das ist auch nicht schlecht, er macht die ganze Arbeit und sie darf die Schätze behalten. This place rules! Aren't you just like super excited? Yeah! I bet the treasures in here are gonna blow our minds! Trezzy, werszy, trezzy, werszy, lalala! Trezzy, werszy! Yo, Ifrit! Ah! What's that? What insolent fools dare trespass upon Ifrit's hallowed domain? You shall rule this intrusion for the remainder of your soon-to-be-shortened lives! Woah! Intense! What a slick-looking Mirage! Yeah, he looks really strong. He's all like burn and stuff! That's strange. Shouldn't they be towering in fear? I said I am ifrit! Leave this place now, or I will roast the flesh off your bones! Bartz, Bartz! Don't you realize what this means? A guardian! Now we know the cave is packed with loads of awesome treasure! I was about to say, you sure know your rules of adventure. Strong foes always position themselves in front of the important loot. Hmm. You fools! Turn back now! I will not warn you again! Ah! Hey! All stay out of this! have read oh my gosh did you just I don't believe it if we just saved us from that mirage come on Bart we can't let him do all the Niemand hört ihm zu. Hahahaha. Sind die schon wieder gemein? So, Herzensbrecher Squad. Beziehungsweise Leon. Zeig doch mal, was du drauf hast. Das ist so cool. Und Ikrut wird immer falsch verstanden. Diese Mirage hier bekommt man, wenn man ihr ganz viel Schaden auf einmal sucht. Ich hoffe, es reicht. Eins. Zwei. Und... Ja, perfekt. Eingefangen. Super. Danke, Ifrit. Hahahaha. Oh, yeah! Ja! So. Diesen Charakter, beziehungsweise diese Mirage nenne ich Ich bin ein Gott. Auch sehr oft in unseren Streams vertreten. Aber das passt leider nicht hin. Und deswegen nenne ich ihn jetzt einfach Gott. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ich denke, das passt auch eigentlich ganz gut zu ihm. Ich würde ihn echt gerne mitnehmen. Dann muss die Zombie-Prinzessin leider schon wieder raus. Das war's. Das war's. Ich würde das machen. Ihr schweig wird sicher sein. Danke, Ifrit. Du bist der beste Kind von Freundin wir können. Schau, du wirklich hast die falsch Idee. Ich kann nicht nachzudenken von so einem Stand-Up-Guy. Ich versuche, dass du dein Treziger alleine verlassen. Okay? Du es hältst. Ich verstehe. Nicht nachdem er uns rescued. Weil das wäre einfach schlecht geworden. Das ist wahr. Deine... Deine... Deine Passion... hat mich bewegt. Ich konnte nicht aufbauen. Deine Fertigungen zu sein. Und so dass du beide wissen, das war nicht so. Es gab keinen Treziger hier zu Beginn mit. Hahaha. Das war's. Ja, ich habe das. Ich bin so aufbauen. Ich bin so aufbauen. Ja, und sie haben einen Taunt. Wie gesagt, Ich werde dich alle runter. Oder wassitzen. Bis sie sich aufbauen wie ein Manniak. Aber ich bin hier für den langen. Ich bin hier für den langen. Einfaches Treziger ist, für mich. Du hast gesagt, Riku. Das ist die Spirit. Das ist die Spirit. Hahaha. Hahaha. Tres, 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 Tres. La, 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 la. Du, 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 du. Hi. No one's ever had with Yifrit like that before. Who are those two? Hahaha. Ich find die Zwischensequenzen mit Yifrit und, ähm, die Miragen einfach so geil. Ich find die unglaublich gut gemacht. Hello. What now? Whose soul will you touch? Oh nein, ein Chocobo-Notruf. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber das Ganze ist wohl so ernst, dass Chocolatte höchstpersönlich zur Rettung herbeierd. Doch als sie am Ort des Geschehens eintrifft, schleichen dort bereits zwei andere Chocobo-Fahrheitskämpfe herum, Bartz und Boko. Sie haben vor einer Gruppe geschundeten der Chocobos zu befreien, die von einem seltsamen schwarzen Chocobo gefangen gehalten werden. Die Böden Die Chocobos haben sich gearbeitet. Du bist richtig über eine Sache. Wir müssen sie frei werden! Hey, Master! Hast du das gehört? Der junger Mann wird die Chocobos schützen! Komm schon! Warte mal! Der Chocobo ist Hyperion! Was macht er hier in Grimoire? Hey, Beekie! Was willst du mit diesen Chocobos? Uh, der sieht aber chic aus. So, ich hoffe, man kann ihn auch einfangen. Leider nicht. Okay, gut. Dann hauen wir einfach drauf. Feuer scheint an... Feuer scheint gut zu helfen. Wir lassen ihn noch einschlafen bzw. es hat leider nicht funktioniert. Ich wollte ihn einschlafen lassen. Alter, geht's noch? Wir werden von dem Hühnchen fertig gemacht. Schnell Lahn retten. Fackel ihn ab. Wenn ich ihn nicht einfangen kann, dann wird er jetzt hier gegrillt. Boah, der ist so schnell. Der hat auch Hass drauf. Das hat gereicht. Fama und Ifriti sind aufgestiegen. Phoenix Downer haben wir erhalten. Das ist so schnell. Das ist so schnell. Das ist so schnell. Okay, Leute. Sie sind frei zu gehen. Oh, wer sind Sie? Chocobokalina! Oh, ich bin nur ein normaler Passer-Ber. Plane wie sie kommen. Ich muss sagen, Sie sind wirklich etwas. Es braucht einen schweren Ombre, um zu handeln, Hyperion. Und ich glaube, Hyperion... ...must das Black Chocobo von vorher? Ich weiß nicht, das ist mehr Behemoth als Chocobo. Und es ist nicht oft, dass Boko offenbar ist, dass Boko offenbar ist. Oh, und von Boko, ich meine diesen Mann. Ich bin Barts, und du bist? Mein Name ist Chocolatte. Ich kann sehen, dass Boko sehr smart ist. Das. Und er sieht, dass er den gleichen sensen wie mein Master. Master? Na, Barts! Wenn du ganzes W holst ging, warum quê волchen du nachhappenst penserst wegentail? ichawa genau das Element der Anforderstaute benötig. Und ich möchte dir auch CRT das Chocobos über diese weiterzoo Really interessierenden細assen. Herr Barts, ist Ihre Zuhause. Wann, du sagte, du schon stecktig向λέsten deine eigenen PHP. Klar, ich erkläre sie auf der Verfügung. gehen Sie fest. Nicht, Boko? Ach, perfekt! Jetzt hierher. Okay. Was war das im Hintergrund, bitte? Und Schokolade hat jemand einen neuen Kunden an Land gezogen. Aber ich würde sagen, das war's fürs Erste. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem neuen Part wieder. Sage bis dahin und ciao!